Also ihr sagt Start oder so, weil wir sehen ja keinen roten Knopf oder... Hallo! Hallo! Hi! Hallo! Oh Gott! Ja! Ja, ja, keine drei Problemkreise. Hüfte. Genau, Bauch, Beine, Po. Machen wir nur einen kurzen Test jetzt, oder? Machen wir mal einen Test und jetzt schauen wir es uns nochmal an. Test und dann schauen wir es uns an. Jetzt machen wir nur einen Test. Ja, Test, aufhören, ach schon. 1, 2, 3, 4, 5, Test, Test. Hier ist Dieter Thomas Heck mit der Hitparade. Gustav, guck, guck. Guck, guck. Im Ernst jetzt? Jedes Mal. Und zwar immer am Anfang schon am besten. Schmeiß halt einfach raus. Mönchchen, wir machen jetzt unsere Interview. Ah, wie immer, saubblöd. Das ist zu boh. Man rüber zu mir, das Mikrofon ist natürlich so weit weg. So gut. Manfred Schmidt, Leiter der Marktsteuerung und Ulrich Kirstein, Pressesprecher der Börse München oder auch Waldorf und Sattler von der Börse München. Die Zahlen haben nicht genau das gebracht, was die Analysten erwartet haben und das ist in der Börse immer ganz schlecht. Und was war jetzt die Folge bei Facebook genau? Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Was die Folge war, wie hat sich das auf den Kurs ausgewirkt? Ach so, die haben fast 20 Prozent verloren. Vielen Dank, Marni, für diese Auskünfte. Bewegen wird sich nicht viel. Wir bewegen uns auch so zu einem zweiten Interview hin, schätze ich mal, weil da doch ein bisschen viele EES waren zum Beispiel am Anfang. Da haben wir auch noch der Zettel im Bild und Tosen musst du einmal zur Wahl. Tosen? Scheiße. Wir sind halt offen an der Börse. Was soll ich dazu sagen? Die meisten Leute oder die Investoren oder Analysten fragen sich, was er nicht gemeint hat, er will sein Unternehmen von der Börse nehmen, er war schon immer nicht so ganz glücklich über die Börse, über Analysten, über Parteifizien, über lästige Analystenfragen. Und tatsächlich ist der Kurs auch um fast 8 Prozent nach oben gegangen. Das hat genau diejenigen natürlich hart getroffen, die Elmer Kast, nämlich die Short-Seller, die auf eine Kurse setzen. Aber inzwischen haben die Anleger-Analysten, Investoren doch wieder etwas nachgedacht und der Kurs ist wieder zurückgefallen. Bist du schon mal in Tesla gefahren? Ich bin noch keinen gefahren, wurde beinahe mal überfahren, weil die ja so leise sind. Es wäre dann wenigstens eine saubere Sache gewesen. Ich würde das überhaupt noch sagen. Ja, eben. Was bedeutet das? Hallo, hallo? Hallo! Wieso blinkt es da rot? Vielen Dank für diese Ein- und Auskünfte. Vielen Dank fürs Reinschauen. Morgen ist ja bekanntlicherweise in den USA Horrortag für alle Truthähne. Was die Woche bringt, was mit dem Börsengang ist. Und mal so, mal so, mal so. Boing, Punkt. Okay. Bei mir bautant,